Der Turm war mit seinen heute etwa 95 Metern Höhe, viele Jahrhundertelang das höchste Bauwerk der Stadt und von weit her sichtbar. Die Brücke vor uns ist die älteste Brücke Frankfurts und war bis ins 19. Jahrhundert auch die einzige Brücke hinein in dieser Brücke. Bereits 1222 zum ersten Mal erwähnt, musste die Brücke 1914 abgerissen werden. Seither hat es viele Neubauten an gleicher Stelle gegeben. Der Name Alte Brücke hat sich jedoch bis heute gehalten. Das war die Brücke im Ich habe einen Rumpf. Der Rumpf! Der Rumpf! Der Rumpf! Der Rumpf! Der Rumpf, guarda. Lauf! 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 Am Ende der Brücke befindet sich das Literaturhaus. Ich stand hier seit Anfang des Jahres, das Gebäude der Stadtbibliothek, das am Ende der Weltkrieg bis auf den Partikurs von der 6 Korinthischen Sohne verstört wurde. Erst 2003 wurde der Ausbau geflossen. Die Stadtbibliothek befindet sich in der Stadtbibliothek. Stuttgart Montgomery Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.